Ich persönlich leide am meisten an meinen Ausdrücken. Ich kann keine Ruhe geben, es ist wie ein debiliger Punkt. Eis ist in der Welt draußen, und in dem ist der Aserbaidschan-Kreis. Lass die Angst los. Kämpfe nicht gegen Wann. Er gewinnt Schindern in der Tür. Es ist wie ein ewiger Punkt. Das ist wie ein ewiger Punkt. Das ist wie ein ewiger Punkt. Ich bin getrennt. Das ist wie ein ewiger Punkt. 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 Vielen Dank.